Am dicken Turm in Niederlauer erwartet die Besucher ein besonderes Spektakel. Hier im Landkreis Rhöngrabfeld dürfen sie ihre Wünsche an einen 5 Meter hohen Holzengel nageln, in der Hoffnung, sie werden nach der Sonnwendfeier wahr. Das ungewöhnliche Feuerobjekt beeindruckte die 300 Teilnehmer. Ausgedacht hatte sich der Aktionskünstler Jimmy Fell. Für ihn sind Engel, Körperlose, Reingeistige Wesen. Für Jimmy Fell wird der Holzengel durch das Verbrennen zu seiner wahren Gestalt zurückkehren und auch die Wünsche sollen so in eine andere Welt transportiert werden.